die 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 und ich habe eine Mütze auf und zwar ist das Kanal nicht sondern es ist eine Pech-Muss-Mütze selbstangefährlich selbstdesigned also natürlich zwar übrigens sehr spätige Mütze dann wieder zu finden weil die man Bilder draufdrucken kann ähm das war eine scheiß Arbeit soll ich euch egal ähm Update quasi erstens das da hinter mir das ihr nicht seht weil ich ihn rausgefiltert habe ist ein Greenscreen ähm eigentlich hatte ich eine Blue Screen also eine alte Decke aber ich die hat auch gut funktioniert ich kann nichts dagegen sagen nur ich habe blaue Augen und das sah blöd aus meine Augen wurden mit rausgemacht haben das war Fail zweitens ist im Rundlauf der Intensiv 4 Trailer bei dem ich mitgespielt habe ich glaube auch meine 10 sind schon vorbei gewesen und ähm ja der Intensiv 4 Trailer deswegen bei der Start demnächst steht aber noch nichts am Ende äh ich teame wieder mit Sebo es wird lustig ähm und ja gut das war eigentlich alles was ich großartig sagen muss jetzt kann ich noch ein bisschen rumlabern also also ich habe noch eine Mütze aber da steht kann ich muss drauf dafür die einen super toll flauschigen Bommel das ist toll die hat meine Mama im Wartezimmer gehängt war super ich finde es total toll ähm dann äh entschuldige ich mich dass irgendwie kein Video kam der letzten Nummer so ich glaube 2 ähm so genau ähm mag daran dass ich ähm im Studio zu tun habe und vergessen habe also ich total entschätzt habe dass ich nur am Wochenende dann zu Hause bin ähm und deswegen kam der nichts und von dem her würde ich jetzt einfach sagen tschüss weil der Trailer ist aus so